Denk dran, ich bekomme den ersten Harps. Schließlich war das meine Idee. Und da steht ich. Oh, nein, 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 bloß nicht fallen lassen. Oh, oh, man hat uns entdeckt. Das ist natürlich ganz allein deine Schuld, Trud. Oh, sieh, warte auf mich. Gib mir meinen Bruder, ähm, oder meine Schwester zurück. Sie laufen ins geheimnisvolle Jenseits. Vielleicht sollten wir doch Hilfe holen. Dazu ist es zu spät. Die entwischen uns. Das war doch deine Idee. Kommst du nun oder nicht? Hm. Wie groß sind sie eigentlich? Sehr groß. Gewaltig mächtig groß. Also dann. Du zählst. Aua. Ist nicht so weit. Ihr auch das schafft. Na komm schon, Spike. Beeil dich. Beeil dich. Ah. Ducky. Keine Sorge. Ich hab sie. Du meinst, weil ich hab dich? Hehehe. Ich hoffe nur, das Ei ist es wert. Selbstredend, jedes Ei ist es wert, du Dummkopf. Hier. Und jetzt komm. Wer sind diese Burschen? Na los, Freunde. Weiter. Nicht machen schlapp. Oh nein. Weiter, Freunde. Ich kann nicht so lange klettern. Nein, nein, nein. Das kann ich nicht. Hehehe. Wir haben's geschafft, Trout. Ich würde sagen, diese kleinen Grasfresser haben wir abgehängt. Jetzt dauert es nicht mehr lange. Dann kannst du es dir in meinem Bauch gemütlich machen, du süßes Ei. Hehehe. Oh, sieh. Wann bist du eigentlich an der Reihe, das Ei zu tragen? Woher sind sie? Wohin sie sein? Sie sind nirgends zu sehen. Sie sind verschwunden. Ja, 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 das sind sie. Sie müssen hier reingegangen sein. Kommt hoch. Sera, worauf wartest du noch? Ähm, auf gar nichts. Ich habe nur einfach keine Lust, da reinzugehen. Das ist alles. Sera? Na, schön, wie du willst. Dann gehen wir eben ohne dich weiter. Ah! Pssst. Hier lang. Ganz schön dunkel hier drin. Na dann, Strut. Jetzt bin ich an der Reihe, das Ei zu tragen. Oh nein, um Himmels Willen, nicht bleib hier. Jetzt habe ich es verloren. Äh? Was auch passiert's, Tag? Verlier bloß nicht, verlier bloß nicht dieses Ei. Uh, 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 uh. Ah, uh, 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 uh. Hey, wo will ich still hin? Oh, 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 oh. Hilfe! 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 Hi! Ist alles in Ordnung? Ja, Petri nicht in Ordnung. Tut weh. Über, überall. Gute Sierra. Ich glaube, ich habe mir mein Horn verbogen. Wo ist Spike? Ja, hurra! Spike! Hör auf! Mir geht's gut! Ja, mir geht's gut! Ah! Ja, ist das unheimlich. Wo sind wir? Ich glaube, wir sind im geheimnisvollen Jenseits. Das geheimnisvolle Jenseits? Also, ich habe keine Angst vor diesem komischen Jenseits. Ja, wir sind im geheimnisvollen Jenseits. Ja, wir sind im geheimnisvollen Jenseits. Ja, das war das Schlacht-Johan. Ja, wir sind im geheimnisvollen Jenseits.